Für die Gegenstände Mach mal Start 60 Münzen Und Speicheroption Speicheroption, Spieloption Ach, wo ist denn da? Nach Nach jeder Runde Textoption Ah, jetzt zu spät Ich glaub der Text geht zu langsam Lang Oder kurz Weiß ich gar nicht Ach, wir lassen einfach kommen Ja Aber das ist ein Spiel Ja, ich muss nicht Hallo, ich darf nicht so viel verschiedenes klingen Ja, ich weiß Der geht gerade aus meiner Ideologie Ja, gut für dich auch, ne? Die Computer sind so eingestellt, dass sie zum Stern wollen Ja, klar Hast du auch immer, dass bei dir die Schrift so komisch verschwimmt? Hm, wenn sie So weggezogen Ist sie dann Bingo Ah, shit 63 Münzen, mein Freund Oi, fucker Achja, der Geist kann ja Münzen klauen Oder Stern Ja Ey, geht doch sterben, ey, ganz ehrlich Das war klar Und das ist immer unterschiedlich, wie viel geklaut wird Ah Hau ab Zehn Stück Neun Neun? Ja Oder so Mir doch egal, Arschloch Ah, das hier ist so schnell weg Ja Ja War ja klar Alten Luther, die Ich bin grad voll schlecht Aber hast du auch ab und zu diese Hilfe Ich bin grad Ich bin grad Null Das ist nur bei mir Das ist der nächste Stern Lol Sicher Ja Ja Direkt bei Donkey Kong Ja klar Als ob der schon wusste, dass er unten lang gehen muss Vor allem Wir haben computer auf einem eingestellt, ne Ja Trotz ja nicht auf Art Ja Das ist schon abgezogene Sau Teils erst mal schön mit Donkey Kong den Platz Hä? Ne Ich geh nochmal um Scheiß wo ein Lohnt sich nicht Der stellen wir sowieso weg Ja klar So Nicht Chaos Bowling Nicht Chaos Deswegen lohnt sich das nicht Wenn ich dafür mal einen Nutzner ausgehe Auf Start drücken, ne Ne Mach doch Du weißt ja wie ich springen geht Okay Start Ich hab doch schon geahnt, dass er zu Donkey Kong lenkt Zu mir bestimmt Ne zu Donkey Kong Computer lenkt meistens zu Computer Na 5 kann ich noch verkraften Mhm Wir sehen eh gleich beide die letzten Mich stört das grad nur, dass ich mal als letzter anfange Oh Speicherdateien, okay Ja das ist jetzt komisch gewesen Ja ne das ist normal Das ist Standard Oh Oh Der kann nicht kaufen Oh Oh Wie gemein Du kannst Stern klauen Ne Dir fehlt eine Münze Ja Aber erstmal Mach mal das Mach mal das Da stehen wir näher dran gewiesen Ich hätte auch von dir klang können Ja ich weiß Na das ist ein paar geklaut Geil Ne Du bist nicht zu Bowser Ne danke Hätte ich eine 1 gehabt hätte ich es gemacht Ah Nein Nein Schade deine 5 Ah guck mal kannst du jetzt über unten lang gehen Mhm Geh ich auch Kürzer Schade Schade dass man bei mir überdreht nicht eine Münze oder zwei Münzen zahlen muss Ja Eine Eine weniger Ich hätte eine mehr haben müssen Ach du nein Ich weiß es Ganz schnell graben Mhm Ja 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 Ich guck mal eben die Regeln Ja bewegen und graben okay Ja Das meiste läuft eh mit A ab Oh ich muss Ja Oh mein Guck 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 gu Klingeln die Münzen in meiner Kasse. Jetzt bräuchte ich so eine Klingel. Klingel, warte, ich hab das hier. Läscher auf. Was du da eben auch immer gemacht hast. Das war meine Rümpelbox. So ein Cuttermesser drin ist ein Messer. Ja, kostenlose Münzen bei Mario Clown. Ihr haut doch ab, ey. Haut doch ganz ehrlich ab. Weil du die meisten hast. Ja, schlimm genug. Also der kriegt jetzt bestimmt mal, kriegt auch noch vier. Zumindest da sind die Computer noch so eingestellt gewesen. Später wurde es zu erinnern. Ja. Oh. Das Ding. Bitte Mario to Yoshi. Nee, Yoshi to Mario mit einem Stern. Naja, war klar. Stimmt Mario. Mich trifft er. Mich doch nicht. Ich will ja nicht behaupten, ne, dass Computer gecheatet sind. Bei Mario 1, bei Mario Party 1 war das immer so. Bitte hier, schenke dir 20 Münzen, deinen dreckigen Affenarsch, Alter. Da haben alle die Einstellungen scheiße gemacht. Noch zu der Zeit. Ja. Aber man hat trotzdem meistens gewonnen. Sicher, dass wir uns beiden noch kriegen, dass die ärgern oder so. Ja. Ich will da lang. Kung-Duck-Tuck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck-Duck. Ja. Ja. Tot unfair. Das erzult er sich gleich noch den Stern. behauptet dass du nachher noch gewinnst ich hab jetzt so schön option für meinen rand kann ich doch stern einfügen skateboard fieder zum counter oder so nein springen und schwung und okay okay darf ich ja ich muss ja von dir ist okay aber ich kann ja nicht einfach klicken aber ich vergeig dass ich vergleich es gut dass man nicht lenken ach scheiße ich habe gedrückt zum ding war voll total verwirrt ich hätte kontrolle anders halten müssen mach ich gerade auch ja er ist einfach nur klicken ja klar mit dem daumen mit dem ein daumen machst du weiter mit dem anderen springst du die auch gemacht sicherheit ich bin so verkrampft dass ich schnell drücken kann dadurch mache ich meistens glaub ich konnte das früher schon so gut mit mir nein kostenlos hätte er auch drücken können aber dann hätte er die platt gemacht glaube ich ich glaube dann hätte auch münzen verloren oder so aber generell bei dem könnten wir immer noch leute einladen dazu glaube ja kannst du umstellen von computing hier kannst viele option ja dann kannst du umstellen wenn man mit drin ist ja wären natürlich in einem spiel zu machen natürlich kacke könnte man machen immer kostenlos ich habe einen stelle herrn und das platz 2 auf einmal weil er darüber mache ich bin geld gar nicht dass wir so viel einfallen da bist gerade vorbei schau controller das ist doch nicht deren ernst gerade hier ich kann jetzt schon sagen ich verliere das spiel ich finde das nicht geil rot ich trenne das ist auch geil aber auch schwer glühbien tanz weißt was das ist na ja laufen diese scheiß glühbirne zu halten irgendwie ja 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 na donky kong hat sie ach du kacke und du kannst die anderen müssen befreit werden ja und die anderen müssen befreit werden ja attackieren um zu befreien ok und wer die glühbirne hat muss auch rechtzeitig befreit werden wir müssen auf doch wirklich aufpassen weil donky kong zu blöd ist also computer ist generell zu blöd ich werde doch gekommen war hilf mir 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 zu weit vorne eben nein pass auf joshio ich hätte es kommen gelassen wegen dem nicht dass er vom buch trifft glück gehabt lassen kommen lassen durchkommen warum lässt nicht kommen centos egal vor allem wie schnell das dann vorwärts geht weil sie alle das spektakel angucken wollen glaube ich auch aber trotzdem haben sie es auch gut geschafft jeder war einmal eingesperrt oder besessen her gesagt aber ich war gar nicht ich bin ich bin aber ich bin ich bin ich bin